Große Schuhe finden Sie bei Schuhplus. Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuhplus. Einfach große Schuhe. Liebe Zuschauer, von 5 Euro habe ich mich jetzt schon hochgetauscht zu einigen schönen Sachen. Zum Beispiel diese Herrenuhr, eine schicke Designerbrille und vier Wellnessgutscheine. Und jetzt versuche ich eine dieser Sachen gegen einen Roller zu tauschen, hier im Rollercenter in Hannover. Vielleicht wird es sogar so eine schicke Vespa, wer weiß. Ist zwar hochgegriffen, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Einen dieser flotten Flitzer will ich unbedingt haben. Dafür muss ich aber erst im Geschäft mein Verhandlungsgeschick beweisen. Ich habe eine ungewöhnliche Frage und zwar bin ich von FAN Television und tausche mich gerade hoch von einem kleinen Übertragungswagen zu einem großen Übertragungswagen. Und versuche zu überzeugen, um meine ertauschten Schätze an den Mann zu bringen. Und jetzt möchte ich gerne eine von diesen Sachen gegen einen Roller tauschen. Wäre das möglich? Oh Gott. Ja, ist neu für mich. Würde ich kurz einen Chef fragen, ob das möglich ist. Einen kleinen Moment mal eben. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich bin mal gespannt, was der Chef sagt. Der Griff zum Telefon ist schnell getan. Die Antwort lässt dafür länger auf sich warten. Okay, richtig, der Kunde sah aus. Vielen Dank erstmal. Tschüss. Und was sagt er? Ja, Chef ist erstmal überrascht. Hat er so noch nicht erlebt. Mit dem Roller, das darf er nicht machen. Also da wäre er nicht bereit zu. Wo er bereit zu wäre ist, den Wellnessgutschein gegen ein Fahrrad einzutauschen. Also Fahrräder hatte ich jetzt gar nicht hier gesehen. Sie haben auch Fahrräder? Ja, wir haben ein holländisches Damenrad da. Sagt er, was wir gerne anbieten würden. Wenn Sie sich das Fahrzeug angucken oder das Fahrrad. Wenn es Ihnen gefällt und Sie den Tausch ein möchten, dann würden wir es so machen. Dann gucken wir uns das Fahrrad mal an. Das gute Stück steht schon bereit. Ein ganz besonderes Damenrad. Ein Nostalgiefahrrad aus Amsterdam. Ist ein Dreigangfahrrad. Und ja, in Amsterdam ist das heiß begehrt, das Ding. Ist original Amsterdamfahrrad. Und da wäre der Chef zu bereit, das Ding einzutauschen. Fährt bestimmt auch so schnell wie eine Vespa, oder? Ja, wenn Sie Rückenwind haben und bergab, dann klappt das, denke ich. Darf ich mal eine Probefahrt damit machen? Können Sie gerne machen. Schon düse ich über den Hof. Wie ich feststelle, auch ohne Motor ein schnelles Gerät. Ja, also man sitzt richtig weit oben. Also da kann man alles schön überblicken. Ist natürlich jetzt nicht so schnell wie eine Vespa. Aber es gefällt mir und ich würde gerne tauschen. Super, das freut uns. Dass du das Fahrrad gerne in gute Hände abgibst. Und ich sehe schon, du hast auch schon deinen Gutschein genommen. Den habe ich schon. Und ja, dann vielen Dank. Und so werden aus 100 Euro 279 Euro. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, ein Roller ist es zwar nicht geworden, dafür aber dieses wunderschöne Fahrrad. Und wenn Sie jetzt mit mir tauschen wollen, dann schreiben Sie mir eine E-Mail an tauschen-at-fran-television.de. Große Schuhe finden Sie bei Schuhplus. Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuhplus. Einfach große Schuhe. Schuhe. Vielen Dank.